So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich hab's ja gesagt, ich möchte Pupsi helfen, Level 50 zu erreichen. Sie ist ja auf Level 49, sie braucht da noch genau eine Aufgabe und zwar erreiche Rang 10 in der GO-Kampf-Liga. Sie mag da immer nicht kämpfen, obwohl es ja hieß, ja, ihr müsst ja nur immer spielen, dann steigt ihr automatisch auf und dann in den nächsten fünf müsst ihr nur hier einen gewinnen und dann... Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall auf Rang 5, wir nehmen das gleiche Team wie beim letzten Mal, das ist das, was ich bei meinem Main-Account theoretisch auch immer nehme. Wir wollen jetzt eine Folge Ramses Minus nochmal drehen, dann für euch, ich denke mal, die wird sogar am 24. online kommen. Da werde ich tagsüber irgendwie noch einen kleinen Stream machen so und dann werde ich das, wer da Zeit hat oder Bock hat oder mal seine Ruhe braucht, kann sich das dann reinziehen. Da geht's schon hässlich los, oh mein Gott, warum nimmt der denn jetzt dieses... Da weiß ich doch wieder gar nicht, was ich nehmen soll. Am besten, ich wechsle auf Labras und bin dann am Arsch. Also das wäre jetzt meine einzigste Taktik, die ich hätte. Ich mache jetzt erstmal diesen. Geht's auf Labras, guck, und mit Labras mache ich jetzt einfach... Hui! Und, wenn er auch auswechselt, dann habe ich ein Problem, denn dann hat er immer noch das Pixi. Ich empfehle also jeden, der in der Hyperliga spielt, nehmt Pixi, denn wenn ihr irgendwann auf mich trefft, dann rastet ich komplett aus. So, der wehrt auch jetzt ab, das ist gut. Das heißt, wir können auch abwehren, weil der hat ja zuerst sein Schild verbraucht und wir dann danach, obwohl ich eigentlich überhaupt gar nicht weiß, was der für attacken kann. Der greift ja mit Sternenhieb an. Was, 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 was war da denn los? Sternenhieb. Jetzt wäre das Machomai gut. Kampf gegen Unlicht, aber ich habe ja erst gewechselt, also kann ich nicht nochmal wechseln. Vielleicht können wir uns kurz halten, bis wir zum Machomai kommen, weil ich eigentlich... Oh mein Gott, bring mich nicht um. Ah, gut, der ist nicht so stark, oder? Obwohl das Labras ist wichtig. Ich hätte, egal was ist, ich hätte trotzdem einfach schilden sollen. Und ich drücke jetzt die ganze Zeit permanent aufs Machomai, dass ich gleich rüber wechsle. Ihr seht, das macht Schaden. Ein bisschen, zumindest. Wir lassen das jetzt trotzdem durch. Zack. Der kann ja eigentlich nicht wechseln, der hat ja gerade erst gewechselt. Also das heißt, ich kann ihn eigentlich in Ruhe umbringen. Und habe trotzdem ein Labras noch für seinen Pixie übrig. Und dann hat er ja vielleicht noch ein Pokémon, was ich jetzt noch nicht kenne. Außer ich habe wieder nicht aufgepasst. So, Batsch, Batsch, Batsch. Bleib gefälligst drin. Geh kaputt. Wir lassen es nochmal durch. So wie es aussieht, hat er nämlich nur Schmarotzer und auch nichts anderes. Ja, jetzt backt er natürlich die Psychokinese aus, der kleine Splasher. Das heißt, wir nehmen doch mal jetzt unsere Attacke. Nicht, dass wir sterben und nehmen die Attacke mit. So muss er schilden oder ist tot. Die zwei Optionen gibt es. Und er ist... Er hat ja gar kein Schild mehr. Ja, gut. So, Flunschläg hau da auch noch rein. Hm. Dann nehmen wir jetzt wieder unser Giratina. Warum auch immer. Und versuchen mal. Und jetzt wechseln wir rüber aufs Labras. Genau, da ist er in die Falle gegangen. Und können jetzt gemütlich vielleicht irgendwie doch das Pixie loswerden. Ich habe ja auch noch ein Schild. Oh mein Gott, aber der macht viel zu viel Schaden. Nein, stirb doch. Ich kann doch nicht. Ob das so gut überlegt war, weiß ich nicht. Flunschläg mit Stahl. Hm. Unser Macho Majestodes hat auch Boden. Ja, Wasser vielleicht. Haben wir aber auch nicht. Gegen Stahl vielleicht noch hier den, ähm... Wie heißt er? Hier, Dings. Unseren Geist-Move, den wir haben. Vielleicht hebt sich das auch durch Boden wieder auf. Weiß ich nicht. Ist mir jetzt egal. Ich drücke den jetzt einfach trotzdem durch. Den Schattenstoß. Auf das Flunschläg. Guck dir das an. Jetzt haben wir unser letztes Schild genommen. Wir haben weniger Energie als er. Ich denke mal, das erste Match werden wir verlieren. Hm. Das sah auch nicht so gut aus. Aber was soll ich sonst machen? Er greift ja schon wieder an. Junge, Junge, Junge. Pupsi. Warum hast du darauf denn keine Lust? Guck doch mal, wie gemütlich das ist. Man spielt einfach so ein paar Runden und erreicht automatisch den nächsten Rang. Theoretisch, sobald du einen Kampf gewonnen hättest, könntest du die anderen verlieren und immer verlassen. Und dann würdest du auch aufsteigen. Ein Vögelchen hat gezwitschert. Wirklich. In den ersten fünf Rängen musst du nur das Setup schließen und steigst damit auf. Ob du gewinnst oder verlierst, ist egal. Ob das so ist, weiß ich gerade gar nicht. Und in den nächsten fünf Rängen, also von fünf bis zehn, musst du wenigstens einen Kampf in einem Set gewinnen und steigst trotzdem auf. Das werden wir ja wohl irgendwie hinkriegen. Naja, egal. Pi, Pi, Wo. 1, 0, 1. Ich muss mich jetzt auch beeilen. Obwohl das mit dem Beeil nicht so gut funktioniert. Ja, wir wechseln mal wieder. Gehen wir hier auf unser Machomai. So, wir wechseln natürlich auch. Er hat auch da Giratina am Start. Finde ich jetzt noch gar nicht so schlimm. Obwohl, Machomai hält halt wirklich nichts aus. Guck dir das an. Ja. Komm, farm doch ein bisschen. Hör auf, mich umzubringen. Vielleicht hätte ich mich einfach sterben lassen sollen, um das zu beschleunigen. Drachenklaue, die hat mich bestimmt jetzt komplett weggefetzt. Wir probieren mal einen Steinhagel, ob wir den durchkriegen. Gucken uns mal da an, was der macht. Thomas wollte nämlich ab 15 Uhr irgendwie streamen und macht da seine Gewinnspielauflösung. Ich nehme das jetzt hier nämlich am 23. auf. Und da wollte ich ja eigentlich mal reingucken. Weil ich weiß ja jetzt nicht, ob ich gewinne, ob jemand anderes gewinnt. So viele Leute haben gar nicht mitgemacht. Das ist total spannend. Ich habe ja selbst sonst nie die Möglichkeit, bei Gewinnspielen mitzumachen. Weil keiner welche macht. Sonst mache ich die nur und alle anderen gewinnen. Und jetzt habe ich einmal wo mitgemacht und jetzt verpasse ich das auch noch. Aber ich weiß nicht, wann ich das sonst aufnehmen soll. Also nehme ich es jetzt auf. Aber er macht das wohl nicht direkt am Anfang. Ich werde trotzdem eine Stunde brauchen, ungefähr. Also wenn er 16 Uhr immer noch da ist, live, gucke ich dann gleich mal rüber bei ihm. So. Wir sind heftig tot. Guck dir das an. Und wir holen sinnloserweise wieder das Giratina rein. Eigentlich hätte man jetzt auf Labras gehen müssen. Dass der einfach mit einem Move den weghaut. Und danach holt er ja bestimmt eh seinen Arctos rein. Also wäre das vielleicht sogar noch sinnvoller gewesen. Weiß ich nicht. Naja, da wechseln wir halt jetzt. Aber jetzt ist es halt dann wieder... Jetzt ist es halt dann eher eine Falle, sozusagen. Der wir sitzen. Egal. Was kann Arctos denn? Er kann doch nur Eis attacken, oder? Oder hat Arctos noch irgendwas dazugelernt, von dem ich nichts weiß? Arctos. Erzähle mir. Orkan. Uh. Kalvalanzas. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Keine Ahnung, was der für Moves hat. Das ist ein... Hier steht schon wieder Stahl und Käfer. Ich kann jetzt eh gerade nichts anderes machen. Es wäre wahrscheinlich sinnvoller, auf Eis zu gehen. Wegen Käfer. Aber der hat Stahl. Also das Eis ist wieder sinnlos. Also habe ich keine Ahnung. Also lasse ich es lieber. Bin eh gleich tot und habe das zweite Match, so wie es aussieht, auch verloren. Haus hoch. Kann man doch sagen. Ja. Ich hasse die Hyperliga. Ich hasse die Superliga. Ich hasse sogar die Meisterliga. Ich hasse PvP oder GBL generell. Deswegen auch Rams des Minus. Aber egal. Wow. Guck dir an, wie du da reinfetzt. Jetzt komm her und jetzt mach irgendwas. Irgendwas Cooles. Schnell. Schnell mach was Cooles. Und wenn du einen Arctos kommst, bist du eh tot. Also eigentlich brauchst du gar nichts machen. Da wäre auch bestimmt jetzt Geist ganz gut gewesen. Gegen den Stahltyp. Wenn ich mich irre, verhaltet es lieber für euch. Sonst kann ich nicht so tun. Jetzt würde ich wenigstens irgendwas wissen. Wir rubbeln jetzt hier wieder am Bildschirm rum. Ja, wann habt ihr denn schon mal einen Pflanzen-Pokémon im Raid oder so? Bei Raids, da erkundige ich mich immer und gucke immer und nehme da meine Raid-Conder dabei. Aber GBL, da wirst du mit Sachen konfrontiert, wenn du da nicht in der Pokémon-Szene drin bist. Was ich definitiv nicht bin. Auch wenn das immer alle denken. Ich bin Rainer, Pokémon-Go-Spieler. Habe dadurch das dann alles erst so ein bisschen kennengelernt. Und die Raids stehen bei mir im Vordergrund. Und da ist das halt nicht so umfangreich. Du hast ja nur legendäre Drachen im Raid. Dann hast du mal wieder irgendwas anderes im Raid. So, was machen wir mit ihm jetzt? Ich meine, der hat ja auch einen Stahlanteil. Die Frage ist nur, wenn wir zuerst mit Drachenklaue angegriffen hätten, hätte er geschildert, hätte er nicht geschildert. Wir probieren es jetzt einfach mal mit Schattenstoß. Sonsten vielleicht Maromei, aber ich weiß genau, wenn ich jetzt wechsle, wechselt er was anderes hinterher und ich bin wieder am Arsch. Wir hauen also einfach mal so drauf. Sieht relativ vernünftig aus. Weil er jetzt gemerkt hat, dass er es reingehauen hat, wird er es sicherlich beim zweiten Mal abwehren. Also machen wir jetzt Drachenklaue. Ich hoffe, der zählt nicht mit. Das mit dem Zählen, da achte ich nämlich selber auch nie drauf. Nee, der wehrt gar nicht ab. Dieser Splasher. Dann lass mal... Jetzt würde ich sagen, dann lass mal das auch durch. Habe unten gedrückt. Wollte dann oben zum Kämpfen weiter drücken. Es hat aber leider nicht gezählt. Dass ich unten gedrückt habe. Also hat es im Prinzip gar nichts gemacht. Und jetzt ist er wenigstens down und wir haben unseren Move voll und sind gespannt, was als nächstes reinkommt. Was hässlich ist mit Wasser. Impagator. Ich weiß nicht, ob ich das Giratino noch brauche. Vielleicht sollte ich einfach Giratino jetzt ein bisschen... Obwohl Impagator kann, glaube ich, bis. Und knallt voll rein. Machen wir halt gleich zweimal Drachenklaue hintereinander. Ansonsten holst du halt dein... Maromai rein. Jetzt habe ich sogar nur großartig getroffen. Bisschen konzentrieren. Ja, bisschen nur. Nur ein bisschen. Das war bestimmt Biss. Das hat auf jeden Fall reingehauen. So, kommen wir jetzt mal hier. Schlagen ein bisschen gegen den Bauch. Bestimmt ein Aquahubitze. Haut zwar rein, aber... Keine Gefahr. Wir belieben das. Schlagen den noch um. Junge, der bringt uns um. Ich muss meinen Move machen. Wer hätte mich sonst jetzt weggefetzt? Und jetzt heißt der Nächste, der reinkommt, braucht eigentlich nur einen Schlag. Dann bin ich trotzdem auch weg. Also das war unüberlegt. Ich hätte eher... Was machen... Nein! Jetzt macht er noch seinen Move. Ist das sein Ernst? Ja, lass mal durch. Ich nehme mein... Er hat kein Schild mehr. Ich nehme mein letztes Schild mit zu Labras. Und egal, was der jetzt hat. Der kann ja eigentlich gar nicht so krass gegen uns sein. Wir können uns schon mal auffuschen. Und er hat ein Bisa-Floor. Das ist genial. Jetzt können wir nämlich gemütlich auf Eisstrahl gehen. Und... Ich weiß nicht, ob es ausreicht, aber... Eigentlich müsste der jetzt tot sein. Naja, noch ein bisschen übrig. Aber unser Quick-Move haut ja auch noch ein bisschen Schaden rein. Wir haben auch noch ein Schutzschild. Zur Sicherheit nehmen wir das. Auch wenn ich nicht denke, dass der uns jetzt mit einer Flora-Stator getötet hätte. Obwohl, bin mir unsicher. Also eigentlich ist Labras... Hat ja eigentlich eine gute Verteidigung. Das ist den ganzen Panzer auf dem Rücken. Lasst euch davon nicht täuschen. Aber... Ähm... Ja, Pflanze-Wasser, ne? Vielleicht wäre es auch tot. Vielleicht wäre es auch... Ich weiß es nicht. Egal. Wir haben also einen gewonnen. Untheoretisch müsste das jetzt schon für Rang 6 reichen. Von Rang 5 auf Rang 6. Aber wir knörren uns weiter durch die nächsten Matches. Weil es geht ja nicht darum, ähm... Rang 10 zu erreichen. Doch, eigentlich geht es genau nur darum. Es geht ja darum, dass ihr irgendwas komisches seht. So. Giratina, mal wieder ein Mammut-Rennen. Pupsi, ihrs ist höher. Er hat aber einen anderen Move. Wir machen mehr Schaden. Dafür lädt er schneller auf. Und das weiß ich alles, weil ich immer so fleißig die Kommentare lese zu den Ramses-Minus-Videos. Und da lernst du so vieles dazu. Denn ich bin nur so gut wie die Kommentare. Das war zum Sonntag. So. Reingefetzt. Guck dir das an. Aber jetzt, wenn er seinen nächsten Move macht, bin ich am Arsch. Das heißt, ich muss jetzt schilden. Weil er wird sicherlich auch schilden. Denn wenn er nicht schildet, dann ist er tot. Und weil ich geschildert habe, habe ich es überlebt. Also, es bleibt. Er wechselt einfach raus. Was ist denn das? God the War. Ja, da bleibt mir eigentlich nur übrig, auf Giratina zu gehen. Ach, auf Giratina zu gehen. Auf hier Dings. Labras zu gehen. Meine ich doch. Komm, Labras. Du hältst das aus. Der hat immer noch beide Schilde. Wäre ich nämlich auf Geist gegangen, hätte der mich umgebracht. Das dauert immer länger. Der Labras muss sich auch abschilden. Das wird sonst nichts. Ich kann mit meinem, mein Giratina ist gleich tot. Wenn ich mein Macho mal reinhole, das fällt total um. Das heißt, ich muss mit ihm hier den Sack zumachen. Ich hoffe, das Sack ist auch gleich zu. Sonst sehe ich nämlich schwarz. Obwohl der nochmal abwehren kann. Und dann wahrscheinlich seinen Move wieder voll hat. Und dann lässt er ihn durch. Okay, okay. Da bin ich erstmal beruhigt. Shelterer. Nehmt nochmal Giratina rein. Damit er noch ein bisschen jetzt. Eigentlich ist das sinnlos. Jetzt kann er seine Moves voll machen. Und wenn ich jetzt reinkomme. Mach doch mal. Dann hat er doch bestimmt Erdbeben oder so jetzt. Und rußt mich mit einmal weg. Als ob das eine Flora-Statue wäre. Ne, Steinkante? Verstehe ich nicht. Warum man sowas macht. Das ist ja schon... Das ist ja schon... Es gehört verboten, sowas hier. Steinkante. Hier klingelt der Wecker. So. Der ist... Ah, verdammt. Der ist gar nicht tot. Da hat er doch noch einen. Jetzt habe ich gedacht, das war's. Und ich kann das Ding noch schaugeln. Wir machen also nochmal diesen. In der Hoffnung, dass er sein Schild nimmt. Aber den Rest werden wir nicht hinkriegen. Weil er ist einfach stärker als wir. Das heißt, wir haben drei verloren und einen gewonnen bis jetzt. Aber es steht noch ein Match aus. Wer ist denn jetzt aufzugeben? Da muss man nicht warten, bis die Attacke durchgeht. Pupsi, Pupsi. Ich glaube, wenn du selber gespielt hättest, wäre es wahrscheinlich genauso ausgegangen. Ich muss sagen, es verändert sich halt so viel bei GBL immer zu irgendwelchen Pokalen. Pokémon kommen neu rein. Irgendwelche Sachen werden angepasst. Irgendwelche neuen Attacken mit Statusveränderungen. Mit hin und her. Die Meta verändert sich permanent. Es ist also eigentlich kein Wunder, dass man, wenn man jetzt hier so ein altes vergammeltes Team hat, was man einfach seit dem ersten Tag spielt, man jetzt momentan halt nicht so gut dasteht. Ja. Ich denke, der wird wissen, dass wir Surfer machen. Der ist bestimmt geübt. Ansonsten hoffe ich, dass der einfach abwehrt. Und wir wenigstens das Schild weg haben. Gegen Felinara weiß ich jetzt schon eigentlich, dass wir am Arsch sind. Egal ob Giratina, egal ob Machomai. Gegen das Felinara ziehe ich auf jeden Fall den Kürzeren. Das müssen wir auch abwehren. Sonst ist das Lapras auch gleich tot. Das heißt, am Anfang entscheidet sich schon so viel über Sieg und Niederlage. Weil wir müssen auswechseln. Er wechselt ihn daher. Ist weiterhin im Vorteil. Ich bin gefangen. Ich muss alle meine Schilder rausknüppeln. Und er kann es eigentlich entspannt angehen lassen. Obwohl er gleich tot ist. Haha. Ich muss, brauche aber mein nächstes Schild auch noch. Ich muss. Der haut mich sonst weg. Ich brauche mein nächstes Schild. Er muss hoffen, dass er jetzt stirbt. Und, wir haben freie Auswahl. Aber er nimmt bestimmt wieder seinen Felinara rein. Ne, macht er nicht. Sumpec sogar. Achso, ne, er ist tot. Ne, da kann er jetzt trotzdem auswechseln, oder? Ne, er bleibt erst mal drin. Er bleibt erst mal drin. Das müsste ein Aquarobitze sein. Ich finde, egal was ich nehme, ist das Erdbeben. Wie konnte er so schnell Erdbeben machen? Und, egal, wenn er Sumpecs reinnimmt, wollte ich sagen, egal, was ich habe, gegen Sumpecs ist eigentlich alles relativ gut bei mir. Guckt mal, das Maromai hat ihn fast umgebracht. Das Giratina. Hole ich jetzt schnell rein. Jetzt wechselt er. Wieso darf ich jetzt nicht wechseln? Achso, ich war nicht tot. Doch, ich war tot. Ich war tot und komme danach rein. Verstehe ich nicht. Ich dachte eigentlich, wenn du tot warst und eins auswählst, dann darfst du trotzdem wechseln. Aber wahrscheinlich ist noch die Zeit von dem davor um. Das heißt, wir müssen schnell aufs andere und wir schaffen es nicht. Und er greift uns an. Ja, Psychoschock. Da freue ich mich auf jeden Fall. So, spielen wir es noch weg. Also, wenn ich jetzt sehe hier, ich habe Sumpecs als Gegner und komme hier mit Surfer an, macht das Schaden. Wenn ich hier Steigerungshieb mache, macht das Schaden. Wenn ich Drachenklaue mache von Giratina, macht das Schaden. Also, Sumpecs wird oft gespielt, aber irgendwie ist alles relativ gut von dem, was ich aufweisen kann gegen das Sumpecs. Und Sumpecs ist jetzt immer noch drin, oder nicht? Ne, was hat denn der jetzt noch? Doch, sein Sumpecs. Genau. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem Giratina, er hat natürlich noch ein Move übrig. Dieser Schlingel, du! Und Aquahopizze und wir leben, Norio Mai. Und da war der Move voll. Und wir konnten ihn nicht mehr machen. Eine Millisekunde. Dann hat es geklappt. Applaus, Applaus. Guck mal, Pupsi, du hast sogar einmal gewonnen. Krass, oder? Und bist auf Rang 6. Und deswegen geht es direkt weiter. Wenigstens müssen wir keinen Pokémon fangen. Das hält nämlich immer auf zwischendurch. Das heißt, wir dürfen nur zwei Kämpfe gewinnen. Sonst müssen wir einen Pokémon fangen. Und dafür haben wir keine Zeit. Also, weiter. Super. Sadi. 9, 3, 6. 9, 8, 6, 4, 6. Sind wir wie viele an Rates für Zuschauer? Ja, kommt ein Neuner an mit dem Sand in der Hand. Fängt an hier. Mit Milotic. Keine Ahnung. Das ist, äh... Milotic, Milotic, Wasser. Mhm. Okay. Was macht denn das? Ach, das kann bestimmt hier Feuerodem oder irgendwas. Deswegen ist das auch effektiv gegen uns. Aber was kann es denn als Chargemove? Nix. Wir lassen es einfach mal durch. Es geht ja um nichts. Surfer. Siehste. Haben wir es mal durchgelassen. Sein Quickmove ist zwar gut, aber sein Chargemove ist nix. Wenn ich auf was anderes gehe, ist es eigentlich... Wir bleiben einfach drin. Und wenn, dann soll er gefährlichst wechseln und nicht ich. Und er wechselt. Und es ist ein... Äh, hier, komm, geh mal rüber aufs Machomai. Genau. Bis ich das immer realisiere. Ich versuche immer aufs Pokémon zu gucken. Kann nichts erkennen. Und dann gehe ich immer auf was anderes. Ja, das lassen wir auch mal durch. Kurz. Wuhu! Boah, Schnabel. Oh mein Gott. Er reißt da uns richtig kaputt. Hätte ich es lieber abgewehrt. Das Machomai wäre jetzt eigentlich wichtig. Ich weiß schon ganz genau, dass der jetzt eh schildet. Und zack. Und jetzt liegt mal in der Ecke. Und das war unsere Chance. Unsere vertanene... Vertahene Chance. Ja, komm, ich hole Skiratina wieder zurück. Los, Skiratina. Vielleicht schaffst du ja noch irgendwas hier. Er hat ja nicht mehr viel. Dein Move ist voll. Und... Näh. Hm. Stück für Stück. Dann mach halt den Bohrschnabel oder so nochmal. Ich hab noch zwei Schilder. Ich glaub, ich setz mal eins ein. Dann schaffen wir es doch vielleicht sogar. Weil er hat gar keins mehr. Ah, Milotic ist zurück. Ja, dann hau uns jetzt halt um. Ich hab ja noch... Ich hab ja noch Labras. So. Du surfst auf meinem Kadaver. Ich mach hier Moves. Eigentlich dürfte der mir gar nicht gefährlich werden. Hier. Durchlassen. Surfer. Surfer. Okay. Weiter. Sammeln, sammeln, sammeln. Hm. Alles ist super. Schild haben wir auch noch. Nehm ich jetzt doch lieber mal. Nicht, dass der irgendwas in der Hinterhand hat gegen mich. Aber es ist wieder nur Surfer. Ich glaub, es war ein Fehler. So, der ist raus. Pass auf und jetzt Surfer spammen. Und ich hoffe, der darf nicht zuerst angreifen. Sonst hätte der jetzt irgendwas Behindertes gemacht. Und ich wär tot. So. Tschüss. Oh. Der hat noch in die Beldra. Warum? Da wär jetzt natürlich Eis wohl sicherlich besser gewesen. Aber. Wir kommen nicht dazu zum Eis. Wir machen lieber schnell nochmal den Surfer. Bis wir einmal Eis haben, macht er einen Move gegen uns. Und wir sind tot. Also lieber schnell so runterziehen, runterziehen. Komm nochmal hier. Eins. Und noch einmal. Noch einmal. Und er ist tot. Das ist dann Rang sieben, wenn ich mich recht entsinne. Mach doch schneller hier. Gibt's denn da keine App, die das alles überspringt hier? Diese ganzen Anzeigen immer. Mein Gott. Walter. Jetzt einfach überall flüchten. Das wäre es doch. Dabons. Nicht die Bom-Bom-Boms, sondern die Dabons. Dabons. Rosanna. Eis. Nice. Warte mal. Was hast du damit vor? Du wechselst doch bestimmt jetzt raus. Naja, er bleibt drin. Er bleibt drin. Ja, weil viele natürlich Giratina. Spielen. Entfielte es sich auch als so ein Eis-Pokémon da dabei zu haben. Wollen wir auch gleich als erstes. Seedra King. Ja. Habe ich hier. Keine Ahnung jetzt. Drache, Drache. Macht gut. Was hat der? Kann der auch Feuerodem oder was? So wie der hier drauf prescht. Ich glaube, das war es von unserer Seite aus. Guck. Ne. Einmal Kreuzheb geht noch durch. Den nehme ich auch mit. Das heißt, ich schilde. Hau noch ein Kreuzheb. Durch. Oktasuka. Okay. Was ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Ist wieder ein neuer Move. Ist aber schon länger drin. So, wollen wir den Rest mit Giratina machen? Er greift ja mit Dings an. Oder machen wir Bums. Wir machen mal Bums, weil der hat ja auch Drache mit bei. Also müssten wir doch eigentlich. Bam Bam. Und er ist weg. Und was hat er am Anfang gehabt? Rosana. Gut. Das dürfte uns auch nichts machen. Das dürfte uns auch nichts machen. Und er kommt jetzt. Das passt. Das lasse ich jetzt durch. Und mach wieder Surfer. Bis zum Umfallen. Vielleicht bräuchte ich auch gar keinen Surfer. Vielleicht hätte ich mir die ganzen Surfer jetzt aufladen sollen. Bis zum nächsten. Also sein drittes Pokémon kenne ich auf jeden Fall noch nicht. So. Er hebt auch ein Schild auf. Und es kommt ein Drache rein. Es ist ein Dragoran. Und jetzt hätte man ja eigentlich auf Eisstrahl gehen können. Er hätte so lange gewartet. Aber jetzt wäre es erst sinnvoll, weil er ja jetzt kein Schild mehr hat. Aber ob ich noch dazu komme, zum Eisstrahl zu gelangen. Oder die Quick Move so viel Schaden machen. Und ein geladener Surfer ihn schon aus dem Leben nimmt. Ist wahrscheinlich besser. Ich habe extra nicht den Surfer eingesetzt. Oh. Rosanna lebt noch. Jetzt muss ich sagen, ich habe extra nicht den Surfer eingesetzt. Ich wollte extra so lange warten. Und auf gut Glück dann den Eisstrahl. Aber da war es leider schon tot. Jetzt hat das Rosanna uns zwar noch überrascht. Und weil ich die ganze Zeit auf den Eisstrahl gehäffert habe. Hat sie halt den Eisstrahl mit reingenommen. Gegen Rosanna. Warum nicht? So. Pupsi freut sich. Mensch. Das wäre schon Level 8. Wäre das im nächsten. Rang 8 natürlich. Nicht Level. Weiter durchdrücken. Es wäre alles zeitsparender, wenn man einfach jetzt flüchtet. Man verliert und flüchtet gleichzeitig. So. Jetzt wollte ich das nochmal so zeigen. dass ich den Eindruck habe, als Unwissender, dass eigentlich egal, mit wem ich kämpfe, gegen Sumpex, ich immer recht gut viel Schaden mache. Mit seinen Aqua-Bitze. Das haut nämlich nicht rein. Wir müssen nur aufpassen, dass er keinen Erdbeben macht. Der macht nämlich Schaden. Und hier. So diese Drachenklaue. Die funktioniert eigentlich recht gut. Er wehrt auch schon ab. Und jetzt hat er ausgewechselt und hat wieder irgendwas gerade genommen. Ja, dann ist es irgendwie immer, wenn er was gegen meine Drachen nimmt, nehme ich immer irgendwie Labras. Und was anderes kann ich auch nicht nehmen. Ich weiß jetzt, Spukball hat er. Okay. Naja, egal. Er macht ja trotzdem nicht so viel Schaden. Und jetzt kann man ja trotzdem dann abwehren, wenn noch was ist. Er hat ja eh schon ein Schild weg. Das sieht auch gut aus. Weil der ist gefährlich. Das Sumpex ist theoretisch nicht gefährlich. Also würde ich jetzt nicht so gefährlich einschätzen. Wir sind theoretisch im Vorteil. Er ist auch jetzt hier weg. Wir gehen direkt auf Surfer. Aber egal, was jetzt reinkommt. Das ist wieder Sumpex. Aber selbst Surfer bei Sumpex ist recht gut. Weil er trotzdem auch diesen Bodentyp noch dabei hat. Und schaffen wir vielleicht sogar nochmal einen Surfer. Ja. Und entweder ist Sumpex tot oder er hat kein Schild mehr. Was das Labras doch so alles aushält. Zack. Er schildet. Sehr schön. Ich glaube aber mittlerweile hat er... Ja, mach mal eine Attacke. Mach mal lieber eine Attacke. Sonst hätte ich nochmal Surfer eingesetzt. So, was nehmen wir jetzt? Wollen wir den Rest mit Maromai machen? Dann weiß er unser letztes Pokémon schon. Maromai geht eigentlich recht fix hier. Dafür opfere ich auch jetzt mal ein Schild. Versuche den über die Quick Moves. So, dass wir auch noch einen Steinhagel vielleicht dann voll kriegen. Je nachdem, was sein letztes Pokémon ist. Vielleicht ist es ja eine Fliege. Und es ist auch Gestein. Ein Brogolos. Na ja, dann nehmen wir weiterhin Kampf. So, 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 so. Und er kann natürlich nicht mehr abwehren. Das heißt, das müsste eigentlich... Voll reinklatschen. Guck dir das an. Und er gibt auf. Und er spart uns Zeit. Und er hat es eingesehen. Ramses the King. Minus. So. Hier. Junge, Junge. Das wäre jetzt schon... Mach doch mal Holiday Cup. Nee. Mach doch mal... Ähm, ähm... Äh... Remix. Nee. Ja, nee. Dann kannst du keinen Giratina nehmen, ja? Ja. Holiday Cup habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ah, die hat ein Schießgewehr im Rucksack. Guck dir das an. Kenne ich aus Filmen. Sollst dir mal denken, dass da hier, äh... Zeug drin ist. Und dabei. Ah! Granbull hasse ich auch so mega. Und jetzt kommt er hier noch mit Empolion an. Mhm. Mhm. Da würde ich natürlich gerne meinen Labras für... Für... Ich würde gerne meinen Labras für den Granbull behalten. Aber wenn es so weitergeht, macht er mich ja... Und ist dann wieder im Vorteil. Ich muss jetzt Zeit schinden. Zeit schinden, bis ich meinen Macho mal wieder reinholen kann. Es ist schlimm, wenn vorne immer irgendwelche Feen oder solche Sachen drin sind. Das möchte ich nicht. Jetzt hat er gleich mein zweites Schild weg. Jetzt darf er natürlich angreifen. Ich brauche das aber. Ich brauche das. Dafür kann ich mir jetzt die Attacke sparen und kann direkt aufs Macho mal wechseln, oder? Nein! Er hat natürlich die Attacke schon reingedrückt. Ah! Jetzt wäre die doch gar nicht mehr nötig gewesen. So, Macho mal, du machst den Rest. Jetzt holt er sicherlich seinen Granbull wieder rein. Und jetzt kann ich nicht wechseln. Ha, ha, ha. Irgendwie ist das voll lustig. Ja, Macho mal, das war alles. Wir arbeiten stundenlang darauf, dass wir dich reinholen gegen seinen Empolion. Und dann, wenn du drin bist, ist ein Empolion raus. Das hast du auf jeden Fall gut gemacht. So, ein Kreuzheb kriegt man noch durch. Besser als nix. So. Jetzt ist wenigstens ein anderes Schild auch noch weg. Und jetzt können wir trotzdem mit Labras zurückkommen. Los, Labras! Und jetzt mach ganz schnell... Jetzt kommt er mit Bisaflor. Ah, der ist nervig. Der ist nervig. Also, eigentlich haben wir schon verloren, ne? Weil... Bis Eis strahle hätte ich es eh nicht geschafft. Obwohl, ich habe es ja nicht mal probiert. Ich bin tot, komme mit Giratina. Und selbst wenn ich mit Giratina ihn noch besiege, gerade so... Macht er mich mit dem Granbull kalt und... Naja. Außer... Wir farmen den so lange runter hier. Ich weiß nicht, was der für Attacken hat. Aber die erste werden wir bestimmt überstehen. Wenn der Flora-Statue macht, nur. Hm? So. Wenn er die nochmal macht. Und wir haben dann schon gesammelt hier. Na ja, mach ruhig. Mach bitte nochmal Flora-Statue. Ja! Und jetzt haue ich einfach... Weil jetzt bist du doch gleich weg. Und jetzt haue ich einfach tausendmal aufs Granbull. Jetzt darf Granbull auch noch zuerst angreifen. Oh Mann, ich habe zweimal Drachenglaue voll gehabt. Die hätten sicherlich gereicht, aber... Nix. Also, Giratina. Tod. Fertig. Ey, ich habe noch Hoffnung gehabt. Ja? Ich habe noch Hoffnung gehabt. Dann erzählt mir nichts, aber das wäre theoretisch noch ausgegangen. Hätte ich jetzt eben in dem Moment einfach zuerst angreifen dürfen, dann hätte ich zwei hineinander rausgeballert und er wäre weggeflogen. Da hätte kein Morgen mehr gesehen oder erlebt. So, 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 so. Der Akku ist auch gleich leer. Das ist sehr schön. Ich kann deine Anfrage bei mir annehmen. J.K. Wenzig. Ich muss gleich auf. Was ist denn jetzt hier? Fehler bei der Spielersuche. Mach mal hin hier. Wir haben doch was zu tun. Der Kampf beginnt. Gegen Mr. X. Ach, ist das schön. So ein schönes Video. Immer noch Fehler. Okay. Gucken wir nochmal drauf. Probieren wir es nochmal. Bevor wir die Pokémon-Belohnung abholen. Gegner wird gesucht. Gegner wird gesucht. Das wollen wir doch. Kampf beginnt. Niyama, Haru, Masaki. Sechs. Rang sechs. Die gierige Tina. Der hat dieselben WP wie ich. Der hat auch dieselben Moves wie ich. Zumindest vom Quick her gesehen. Wir dürfen aber zuerst angreifen. Das liebe ich. Denn jetzt kommt es drauf an. Wenn er schildet, schilde ich dann auch. Wenn er nicht schildet, schilde ich dann auch nicht. Der schildet nicht. Das heißt, ich schilde jetzt auch nicht. Aber bin trotzdem im Vorteil. Gefühlt. Er macht auch Drachenklaue. Also dürfte bisher noch alles gleichermaßen sein. Wenn jetzt nicht irgendwas abkackt. Nein. Und jetzt darf er natürlich zuerst. Weil bei mir ganz kurz der Bildschirm gehangen hat. Ja, Bruder. Guck mal, was ich da hab. Bevor es nochmal hängt. Und er dann wirklich jetzt mich besiegt. Mit einer vollen Attacke. Dann hau ich lieber meine raus. Und wir gucken uns den Rest an. Und er besiegt mich. Obwohl ich im Vorteil war. Die ganze Zeit. So, was ist denn schlauer jetzt hier? Jetzt haben wir es Maromei reingeholt. Und es ist Pflanze Gift. Wir haben ja noch Schilde. Aber wechseln ist halt wieder doof. Also wir haben noch Schilde. 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 Ich könnte natürlich aufs Labras. Jetzt gehe ich aufs Labras. Aber ziemlich zu spät. Dann guckt er. Er drückt schön Schaden. Und wir schilden auch zur Sicherheit. Das Labras ist wichtig. Denn das Maromei ist gleich tot. Das heißt, das Labras muss sowieso den Rest übernehmen. Egal, was jetzt noch kommt. Du stirb. Stirb. Stirb doch. Du sollst sterben. Empoleon. Nein. Jetzt sieht er die alte Geschichte. Wieder Empoleon rein. Wieder stundenlang ging es. Empoleon anversuchen zu kommen. Sinnloserweise. Mit dem Ergebnis, dass dann, wenn ich mein Maromei reinwechsel, dass Empoleon eh schon tot ist. Und er wieder mein Maromei angreift. Und währenddessen mein Labras sinnlos Schaden nimmt. Die ganze Zeit. Ein Bohrschnabel. Was haben deine Vorredner auch schon gemacht? Aquahobbits. Hey. Und da kommt Maromei. Und kann sogar einen Move machen. Guck dir das an. Pünktlich auf die Sekunde. Den wäre er jetzt ab. Und wenn ich jetzt noch zwei, dreimal durchboxen kann. Er hat sogar seinen Move noch rausgebracht. Weshalb ich vielleicht doch dann jetzt mit dem Labras den Rest über Quick bei ihm runterziehen kann. Naja, das wird nix mehr. Ich muss einen Server machen. Und dann habe ich natürlich jetzt keinen Eisstrahl voll beim Visafloor. Und wenn Visafloor reinkommt und macht einen Move, dann bin ich tot. Oder schaffen wir es? Ne, wir schaffen nix. Gut, das war's. Das war der fünfte Kampf. Schnell und einfach. Fünfter Kampf. So sieht's gut aus. So. Dann hole ich jetzt hier die Belohnung ab. Die Bogamon-Belohnung. Ein Linfu. Ob Hubsi schon ein Linfu hat? Man weiß es nicht genau. Muss ich trotzdem mal hier Ladekabel holen. Auch nicht schon wieder. Das hat's beim letzten Mal auch gemacht am Ende. Ich konnte es einfach nicht abholen. Ich konnte es nicht abholen. Ich hab dann gesagt, Hubsi soll's abholen. Es geht nicht bei mir. Du gehst da rein. Es flüchtet. Keine Ahnung, was, wie, wo. Es ist auf einmal weg. Oder jetzt Hubsi gerade im Spiel. Ich hoffe nicht. Tagebuch. Hallo. Jetzt hängt sich alles auf. Nö. Das ist ganz normal. Was ist der 22. Heute ist der 23. Ich kämpfe. Ansonsten mach ich nichts. Aber ich kann wieder mal es nicht abholen. Ich werfe einen Ball. Und es geht einfach weg. Warum? Warum? Ich mach's jetzt extra. Ich lad's mal neu. So lange hol ich mal kurz ein Ladekabel. Wenn's dann nicht geht, dann machst du's halt. So. Ladekabel. Stecken wir mal hier rein. Setz'ma hier auf. drücken wir mal hier weil jetzt ist auf einmal alles weg oder was keine Stops keine Rehen kein gar nichts keine Nearby Liste nur ein kleines verschmiertes Lin Fu was jetzt rausgeht jetzt kommt der Buddy noch mit rein und es ist wieder weg da ist der Spawn des Tages ja was soll ich denn machen was soll ich denn machen ich kann es höchstens noch mal anmachen noch mal drücken noch mal ins Spiel reingehen ich denke mal das GPS ist wieder behindert das GPS macht wieder Faxen sonst wenn ich mit meinem Main Account hier rumsitze und will irgendwas machen steht die ganze Zeit immer oben kein GPS Signal gefunden kein GPS Signal kein GPS Signal und da ist keine Spoofer App drauf nix das Handy kann nix hat noch nix aber hat immer nur GPS Probleme da brauchst du eine Spoofer App sozusagen um deinen Standort zu korrigieren oder zu finden das ist jetzt der letzte Versuch den ich hab dass ich einfach über einen Joystick sage dass ich hier stehe bei mir zu Hause vor Ort an meiner Arena damit es GPS wieder findet und dann geht es vielleicht so verstecken und guck mal wow der Spoofer spooft nicht um seinen Standort zu verändern der Spoofer spooft damit das Spiel endlich mal seinen scheiß Standort erkennt jetzt sind wir drin und jetzt probiere ich es noch mal und wenn es immer noch nicht geht dann nö dann dann Pech dann war es das halt eins zwei drei uuuuh und es ist drin und es ist wir können es auch gleich mal bewerten ja schlecht gut können wir es ausmachen und wir gehen in die nächste Stufe wir sind jetzt rang sieben ich bin jetzt schon bei 43 Minuten ich würde es jetzt doch vielleicht mal so ausprobieren ob das so funktioniert die Statistik bei Pupsi ist ja an sich eigentlich egal also ich würde jetzt mal gucken bis ich einen Kampf gewinne und würde dann mal flüchten und würde dann mal gucken ob das dann trotzdem direkt für Rang 8 reicht damit ich nämlich in dieser Sendung noch fertig werde mit Pupsi so wir sind stärker wir haben beide die gleichen Moves ich darf zuerst angreifen super wenn ich jetzt nicht im WLAN wäre würde normal spielen mit mobilen Daten würde das sicherlich auch so bleiben dass ich am längeren Hebel sitze um den Bildschirm zu übertragen muss ich aber um den Bildschirm zu übertragen muss ich aber im WLAN sein und durch das WLAN weil es immer Aussätze hat kann es natürlich sein dass das dann halt plötzlich der Gegner vor mir ist die Nase vorne hat und ich im Nachtreffen bin es ist leider so es geht leider nicht anders so aber das wird aber auch wieder knapp mach den mal weg und ich mach jetzt hier mal den direkt hoffe ich darf ich? gut Slimog hier Alola Slimog oder was mit Unlicht sieht so aus naja 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 jetzt habe ich es auf Labras gedrückt ich wollte doch auf Macho Mai eigentlich eigentlich auf Macho Mai aber egal mach mal ein bisschen mit Labras jetzt guck mal was passiert findste Aura ja okay kannst du machen wir machen Server Macho Mai bei Unlicht wäre doch super super ansonsten hält sich das Labras recht gut gerade aber er darf schon wieder wir lassen das auch nochmal durch die ersten fallen fast gleichzeitig die zweiten werden auch wahrscheinlich gleich fast gleichzeitig fallen fast gleich fast fast gleich fast los alles fällt aber er hat er hat auch noch sein Schild und jetzt bringt er auch noch Zoom Packs rein hm finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm weil wir ja wie gesagt trotzdem eigentlich gut gegen Zoom Packs sind mit allem obwohl wenn er natürlich eine Aqua Hobbitze gegen Macho Mai macht da ist gleich da ist der Ofen aus und ob wir hier noch einen Surfer durchbringen bevor der nochmal eine Aqua Hobbitze macht ich glaube der Ofen ist auch hier aussetzt und dann aha dann ist das zu viel das ist das ist zu viel ich hätte mit Macho Mai ich hätte eine Aqua Hobbitze abwehren sollen dann nochmal drauf der lädt so schnell auf da sind wir doch gleich wieder weg hier ist schon wieder da also eine werden wir überleben aber das zweite werden wir wahrscheinlich dann nicht überleben schaffen wir es ihn bevor er noch eine macht aus dem Weg zu räumen müssen wir er lädt viel zu schnell auf das Slimehawk hat doch eben erst finster Aura gemacht gehabt oder sowas das dürfte also eigentlich noch kein Chargemove haben und hat auch nicht mehr so viel Energie gehabt es könnte also da hat immer noch Energie nein 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 und da ist er fertig das ist schon mal verloren es wäre sich sonst ausgegangen bestimmt dass das Macho Mai mit zwei drei Schlägen das Slimehawk einfach raus hauen hätte also naja egal 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 nächster Kampf mach mal weiter hier Super Sani Super Super Trooper Hasyang 401 die neue die neue Ghetto Crew Kvapo Kampf und Wasser der kann bestimmt Eishieb zeig mal ob du Eishieb kannst vielleicht kann der auch gar kein Eishieb vielleicht bilde ich mir das auch nur ein Steigerungshieb dann machen wir es halt so und arbeiten uns langsam vor jetzt wissen wir gerade Psycho gegen Kampf ist ja gut aber Geist gegen Kampf keine Ahnung jetzt kommt Pixie rein da müssen wir eh wieder wechseln da haben wir das Labras wieder zur Stelle das Labras macht ja gute Dienste gegen ein Pixie das habe ich im Gefühl das wird unser Kampf das wird unser einer Kampf den wir brauchen das wird unser einer Sieg ja er hat sein Schild verbraucht das heißt ich kann auch ruhig ein Schild mal nutzen mach mal jetzt auch aber ich drück ich drück immer da drauf und drück dann gleich wieder daneben weil ich weitermachen will und das nimmt das gar nicht dass ich da gedrückt habe und so drückt es dann unten auf nicht obwohl du wolltest also die Handy Performance ist auf jeden Fall da er ist aber er macht uns fertig oh mein Gott warum macht der das guck mal auf sein liebes Kätzchen na nimm doch Eis dann wäre er gleich weg ich trau mich nicht ganz ehrlich ich trau mich nicht immer auf Eis strahlen zu gehen ich muss das Schild noch nehmen weil der hält wenigstens ein bisschen was aus und geht unter mit er geht unter mit einem vollen Surfer richtig stark oder und es hängt und hängt und hängt und hängt die ganze Zeit es hängt und hängt und Quabbo ist zurück und hängt schon wieder nicht Quabbo hängt nicht sorry so jetzt können wir hier das aber mal weiterführen der hat ja eh nur Steigerungssieb gehabt glaube ich und es hängt es ist richtig nervig aber das müsste jetzt ja liegt es am Surfer oder liegt es also am Server liegt es am Server oder liegt es am Zoompex ich glaube es liegt am Internet einfach am WLAN und am Handy an der Handy Performance dass das Handy so langsam und gurgig ist wenn ihr eine Aquahobitze macht dann dürften wir das noch überleben beim Erdbeben sieht es schlecht aus und es ist ein Aquahobitze ok geht laden wir auch nochmal auf das lassen wir uns jetzt nicht nehmen dann darf er uns gerne umbringen und dann kommen wir bitte mit dem Achomai und dann schlagen wir es tot und nehmen unseren Move auf das Quabbo drauf das wäre jetzt der perfekte Plan so könnte sogar gut passen ich meine wir bringen uns um wir kommen mit Maromai schlagen ihn tot guck 1,2,3 und jetzt Lademove auf Quabbo habe ich nicht gesagt das wird unser Kampf das wird unser Eilerkampf den wir brauchen um zu gewinnen und um weiter zu kommen und der ist auch im Sack fertig es würde sonst zu lang dauern hier es ist schon 51 Minuten also Pupsi ich versuche ja schon ich versuche ja nächster Kampf drücken wir natürlich einfach drauf aber gehen dann jetzt mal wenn der Kampf startet verlassen wir den Kampf einfach ich möchte jetzt wirklich gucken ob dieser eine gewonnene ausreicht um im Rang zu steigen wenn nicht dann war es der Fail des Tages aber ich wollte unbedingt noch die 10 erreichen so ich gehe raus ja was ist jetzt nix jetzt ist es kaputt darf man nicht raus oder was starten wir die App nochmal neu da ist es ja fast schneller wenn du kämpfst als wenn alles abstürzt und sich aufhängt und du dann sowieso irgendwie irgendwo irgendwas haben wir übrigens wieder unseren Müll hier hinten gesammelt das Bier Video kann ich schon löschen so da müsste jetzt drei Kämpfe dastehen oder gut gekämpft okay ähm wieder rein drei genau hat also gezählt als Kampf einer mal auch gewonnen das Bluberbläschen machen wir noch weg machen das gegen Simon Mack Grüße gehen raus an Simon Mack geht rein wir gehen raus ach komm es hängt sich wieder auf ja dann starten wir nochmal neu dann müsse das erfährt es sein äh ist das so ja soll das so sein oder ist das weil ich zu früh rausgehe sollte ich lieber erst raus wenn der Kampf aktiv begonnen hat weil es sonst so wirkt als würde ich raus fliegen und nicht als würde ich freiwillig rausgehen hier ist beendet gut gekämpft so weiter auf das ist jetzt hier die vier von fünf wir machen also noch ein Ründle und wenn es dann nicht steigt dann verstehe ich die Welt nicht mehr Tyrannus Black Tyrannus Saurus Black Giratina Giratina hm so guck wir tun so als würde man kämpfen jetzt verlassen wir das ganz gemütlich ganz normal ah so funktioniert das viel besser also bitte hier rausgehen und nicht dort und Rang acht passt so Rang acht es gibt sogar 1200 Staub oh mein Gott ups wir machen wieder bis wir einen Kampf gewinnen die anderen so sind dann auf neun äh dass sich das so zieht ja im letzten bei einer Stunde habe ich fünf Ränge geschafft das fehlen jetzt immer noch acht auf neun und neun auf zehn so fliegendes Giratina genau mit zwei fünf gucken wir uns mal an wir machen auf jeden Fall mehr Schaden wir dürfen auch eher angreifen ich mache das gleiche Prinzip wieder wenn er schildert schilde ich auch wenn er nicht schildert schilde ich nicht er schildert ich schilde also auch wenn er angreift aber ich glaube sowieso besser weil der kann ja sicherlich Spukball und bringt uns um wenn wir also unsere Attacke unsere Drachenglaue hätte ihn bestimmt nicht umgebracht aber Unheilböden aber wenn er einen Spukball gemacht hätte hätte er uns das umgebracht deswegen so rum ist besser ja Unheilböden jetzt tut er so als würde er wieder Unheilböden machen oder was ne er macht auch Unheilböden ich dachte jetzt kommt der Spukball und es war nur eine Verarsche na gut aber das seht ihr weil er zu schnell aufgeladen hat Unheilböden hat er die gleich zweimal gemacht wir sind nicht drauf reingefallen wir hauen den Affen tot wir haben jetzt hier Toggle Kiss da nehme ich wieder meinen Labras weil guckt das ist sehr effektiv das haut gut rein ist ja hier wegen Flugtyp und alles wohl und Eis selbst das Wasser der Surfer ist da eigentlich recht stark gegen Toggle Kiss hauen wir also auch drauf ihr seht wie das da rein ruht das kann eigentlich so gut wie gar nichts machen wisst ihr nicht Antikkraft oder so könnte der vielleicht machen aber wir lassen es durch wir lassen es durch ich bin guter Dinge Flammenwurf naja wo auch immer du den her hast so wir gucken gar nicht was er macht wir machen einfach Surfer Skiratina hat eh nicht mehr viel gehabt Skiratina ist jetzt auch drin ist fast tot und jetzt noch einmal Eis hinterher zweimal Eis hinterher und sein letztes ist hat er jetzt aufgegeben ich kenne sein drittes Pokémon nicht so also so rum kann man das auch machen zwar wieder rein und jetzt viermal aufgeben in der Hoffnung dass wir dann auf der neuen sind und wenn ich dann nächste Woche oder so eine Folge GBL mache dann kann ich die auf meinem Account machen und da wird dann nicht aufgegeben da wird dann weiter gemacht ne das ist der Unterschied aber ich stehe etwas unter Zeitrück deswegen muss ich es jetzt leider so machen so er greift an wir gehen raus Nummer 2 gut gekämpft du bist der Beste wieder rein ist ja letztes zum zeigen nicht so heftig ja aber es geht ja ums Prinzip also habe ich zum Thomas gesagt dass ich bestimmt spätestens 16 Uhr fertig bin und Zeit habe und dann mal reingucke was auch immer er macht jetzt gehen wir wieder raus jetzt sehen wir auch mal die verschiedenen Pokémon die die Leute am Anfang reinpacken wo ich das von eben schon vergessen habe also hier war Slimehawk drin aber was davor war weiß ich nicht schon wieder verdrängt zweimal noch dann müssen wir schon in der neuen sein wäre nämlich schön wenn wir diesen Level 50 Aufstieg dann hier noch drin haben oder ich löse das nicht ein und Pupsi löst das selber ein und freut sich dann und postet das dann in die Gruppe ihren Screenshot dass sie jetzt Level 50 ist oder so ist glaube ich schöner oder als wenn ich ihr das wegnehme dieses du wirst nur einmal 50 wenn ich ihr das wegnehme ist blöd ich kann hier den Weg äh ebnen wir sind jetzt zurück es fehlt noch ein Kampf hier machen wir noch einen ja ich werde machen dass das passt wenn das mit den 10 sich ausgeht und dann soll sie selber draufdrücken bei der Abholung bei der Forschung hier drin werden wir 10 machen das Abholen aber bei der Forschung muss sie dann drücken Gewaldro haben wir heute noch gar nicht gesehen auch sehr nett gehen wir wieder raus ja Gewaldro du siehst keiner will mit dir spielen Pupsi klatscht und zack einmal abgeholt weiter 5 von 5 reich Rang 9 mhm so dann hier probieren dasselbe nochmal ein Gewinn und 4 durchziehen ich habe vorhin guten Titel gehabt für den Stream jetzt habe ich es vergessen irgendetwas habe ich vorhin gesagt wo ich dachte ja das klingt gut das können wir so machen Ursa Ring das das muss doch fake sein wer kämpft mit dem Ursa Ring hat er überraschende Attacken oder was Typ normal ist doch eigentlich sowieso naja meistens nicht so nützlich egal Macho Mai wäre jetzt voll fetzig aber vielleicht macht er auch hier einfach nur Spaß wir lassen es mal durch egal was der hat wir gucken uns mal an was der jetzt was der uns zu bieten hat Hyperstrahl hey es ist sogar Hyperstrahl aber es macht halt einfach keinen Schaden so und er kommt mit hier ist Eis am Start Flampivian ich gebe dir mal ein eine Drachenklaue obwohl eigentlich hätte ich mir die aufheben können ich gebe dir mal eine Drachenklaue und wechsel dann auf das Macho Mai so eins zwei drei vier fünf sechs tausend lass ich auch mal durch wir wollen ja nicht so sein gucken wir mal an was er hat Eishieb aber ist tot und er hat noch ein ein X-Bud jetzt wäre es natürlich cool gewesen dann Steinhagel drauf zu machen aber wir haben noch unser Labras mit Eisattacken weil das ist ja hier ist Flug oder mit Flug ja Flug und Gift und ich will ja nichts sagen aber ich glaube ich werde einfach keine Schilder einsetzen und mit zwei Schilden die Runde beenden dann mache ich es wie Tobi und schreibe wieder in den Fanshade rein so wozu gibt es eigentlich nochmal diese Schilder braucht man nie Junge 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 Giftzahn so kriegt er das hier auch fertig ein Giftzähnlein ausgerissen sind hier beim Zahnarzt zack jetzt kannst du gerne noch irgendwas machen und mein Labras wird sich jetzt denken ach wie süß zwei drei Kopfnüsse und das war's jetzt hätte ich fast aufs Schild gedrückt boah fast aufs Schild gedrückt Giftzahn auf jeden Fall der heftigste Spieler der Welt gewesen und er ist tot ich habe zwei Schilde und das war ein Sieg und das heißt wir müssen noch viermal jetzt skippen und dann müsste das theoretisch passen ich denke mal auf jeden Fall ein Giratina in den nächsten vier Runden ich habe vier Versuche auf ein Giratina zu treffen und der erste ist ein Relaxo haben wir heute auch noch nicht gehabt aber er ist cool vor allem auch typ normal aber der ist irgendwie nützlicher trotzdem als ein Ursa-Ring würde ich jetzt einfach mal so behaupten also kein Giratina ein Relaxo ist jetzt ein Giratina drin wir gucken es uns mal an und so 10 2-9-3-6-0 es ist Togglekiss haben wir schon gehabt einmal heute da freuen sich die Gegner wenn die so hoch gepusht werden ja das ist der eine Sieg den derjenige braucht um auf Rang 10 zu kommen immer da freuen sie sich gegen Ramses ja wieder rein Kampf beginnt Manu Thorigne noch 2 Möglichkeiten für Giratina Dialga Dialga habe ich heute auch noch nicht gesehen hier in dieser in dieser Sparte ein Versuch noch es waren schon 2 neue dabei vielleicht ist es auch was ganz anderes am Ende noch wer weiß das schon es wirft mich wieder warum ist es immer warum darf ich den letzten nicht einfach noch machen verstehe ich nicht da geht es auf einmal ganz zurück während es vorher immer klappt mit dem einfach weiter gehen so Tivlam 1-6-8 und Giratina habe ich es nicht gesagt ein Giratina ist dabei und ein Dialga und ein Toggekese und ein Relaxor ein Kese-Relaxor haben wir auch bei Raids für Zuschauer gehabt wieder das Kese-Relaxor wer kennt es so guckt euch das an Bäm Rang 10 erreicht oh mein Gott 1400 Staub das sieht gut aus und hier das kann theoretisch Pupsi oh oh das ist ja automatisch schon so hui Level 50 erreicht aber das wollte ich eigentlich gar nicht machen Belohnungen 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 haben wir alles da egal 50 Bälle 50 Tränke ein Dings ein Bums und noch mehr und alles und Jacken und Hosen und Kleider und bla jetzt müsste die Übersicht noch kommen Aktivität im vorherigen Level 27.000 gefangene Pokémon 10.000 Pokestops 69 Raids wenn man mal sieht Julchen von 48 auf 49 hat fast 1000 Raids gemacht und Pupsi so 69 Raids das sind ne Unterschiede teilen ne teilen müssen wir nicht das werde ich glaube ich mit als Thumbnail nehmen wie Bisa-Fan ne Pause und würde sagen ja Pupsi das war's leider von meiner Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin guck dir das an Level 50 ja Peace out Vorhaut euer Ramses und welchen Rang habt ihr gerade in GBL schreibt es mal in die Kommentare ciao